So, wir sind hier in der Küche vom Bürgerhausen. Bei mir ist die Top-Sängerin aus Firmasen, sie ist Svenja. Svenja, was hast du heute gesungen? Ich habe drei Titel von der Eva Cassidy gesungen. Und was kommt gleich noch? Don't Get Me Wrong von den Pretenders und Light My Fire von den Doors. Oh, die Leute sind heiß drauf. Oh, deine hübsche Schwester ist auch dabei. Auch schön. Und wann hast du wieder einen Auftritt im Parkplatz oder wo bist du zu sehen, zu hören? Im Moment im Parkplatz eigentlich nicht. Ich bin mehr im Saarland. Hör mal auf, im Saarland. Sind die saarländischen Männer besser als die Pelzer? Ja, natürlich. Sagst du mal, natürlich. Einer steht, einer. Eieieieiei. Okay, okay, okay. Nee, nee. Also im Moment im Parkplatz habe ich im Moment nichts. Aber ja, keine Ahnung. Das ist relativ spontan. So, wir machen die Grußbox. Jetzt darfst du noch grüßen. Wen möchtest du jetzt grüßen? Überleg dir das gut. Deine Schwester, Mama, Papa. Die steht ja da. Also willst du keinen grüßen? Alle, die ich kenne. Okay, das am einfachsten. Da vergisst du auch keinen. Nee, ja, keine Ahnung. Okay, danke. Ciao. Ciao.